Endlich ist der Frühling da und nicht nur die Deko-Elemente kommen mit frischeren Farben daher, auch Möbel kann man wunderbar farblich umgestalten. Seid kreativ! Ich habe diesen Beistelltisch, den ich jetzt farblich umgestalten möchte, damit angepasst an meine Umgebung. Ja, von Schlauch und Schmutz ist er bereits befreit und jetzt kann das Farbtuning beginnen. So einfach kann es sein, neue farbliche Akzente im Wohnraum zu setzen. Probier es doch mal aus. Führe es doch einfach.